Uua! So, da Pauli ist das gleich richtig krank. Und hier wird ein Duell vom Kickerführer neu ausgefahren. Der hat sein Motor geflaggt. Kann man hier noch die Birne da vorne wegnehmen? Kann man hier noch die Birne da vorne wegnehmen? Kann man hier noch die Birne da vorne wegnehmen? Kann man hier noch die Birne da vorne wegnehmen? Oh, mein Scheiß wieder bei Jürgen Beck. Pauli kann sich deutlich absetzen. Und wird das ganz sicher einfallen. Oder gibt es ein technisches Problem?